ja alles klar gibt mir doch die schlechtesten maps die man heutzutage finden kann hey ganz vergessen habe ich ja heute ich habe wirklich die schlechtesten maps die man kriegen kann das hier ist zum beispiel auch eine der größten maps die du hier in der patelle finden ja ja Ja, ist ein bisschen blöd, ne? Wenn ich jetzt so eine Richtung wähle, ja, ne? Das ist ihre Spielkameradin, die versucht zu helfen, kommt jetzt wahrscheinlich zurück, schafft sie aber nicht, schafft sie nicht. Tja, ihr seid scheiße. Also es sind zwei Stück, die spielen wahrscheinlich doch komplett alle zusammen. Das ist, das ist die, die schon ein bisschen länger spielt. Tja, wollen wir gleich raustunneln, wa? Geht auf die Rekord. Ich kann auch, ich kann auch die Survivor dazu bedrängen, dass die halt jetzt hinterher laufen, weil ich sie halt raustunneln möchte. Funktioniert meistens immer. Ach, mein Ping ist wieder zu gut. Aber mir ist das scheißegal, ich lauf die so lange hinter, bis du einfach stirbst. So, von der krieg ich vielleicht jetzt ein Free Hit. Oder halt ein Hit geschenkt. Aber mein Ping ist halt einfach nur göttlich. Und da schau, da ist ein Haken. Schmeiß die Palette, schmeiß die Palette. So kann man auch unten gewinnen. Halt ein bisschen fies, aber... Naja. Es funktioniert. Oh, shit. Oh, shit. Hey. Kenn ich dich nicht? Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh nein. Eder disconnected. Warum denn dat? Oh, oh. Was ist das? Was sind das hier eigentlich für Dinger? Was ist das hier? 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 Okay, Michael ist auf jeden Fall da lang gelaufen. Was ist das hier? War Michaela jetzt hier oder wie ist sie runter gekommen? Was ist das hier? Was ist das? Was ist das hier? Ich mag das Haus nicht. Ich weiß selbst was man hier alles als survivor schaffen kann. Tja, das Fenster ist zu. Weg damit. Du musst sterben. Chill. Oh, hi. Ja. Das ist jetzt blöd für dich, ne? Tja. Und ich lauf jetzt die hinterher. Weil sie sich anscheinend nicht teilen kann. Okay, cool. Ich weiß wo Michaela ist. Was ist das? Kein. Und das auf einer der größten Maps. Oder ist, nee, ist sogar die größte Map bei DBD. Falls sie runterspringt, töte sie. Okay. Das hast du gut gemacht. Du darfst gehen. Das hast du auch gut gemacht. Du darfst gehen.